Das ist die Geschichte von Stanley Ipkis. Stanley, Sie sind ein wirklich netter Junge. Doch, doch, bestimmt. Stanley arbeitet bei der Bank. Sie kommen 40 Minuten zu spät. Das ist dasselbe wie still. Verzeihung, Mr. Dickie, das kommt nicht wieder vor. Stanley liebt seinen Hund. Gebt her, Milo. Los, her damit. Stanley ist höflich zu seiner Wirtin. Ipkis, sagen Sie, haben Sie eigentlich einen Schimmer, wie spät es ist? Wissen Sie, was ist denn? Was? Nichts. Und das Bunteste in Stanley's Leben sind seine Pyjamas. Aber all das... Hey, Sina, was reinzt denn da unten? Ich suche hier nur meine Maske. ...ist im Begriff, sich gehörig zu ändern. Denn Stanley Ipkis ist plötzlich ein ganz anderer Mensch geworden. Shh, spitze. Die Maske. Wer kann mich jetzt noch aufhalten? Jim Carrey's Die Maske von Null auf Held. Doch. Untertitelung des ZDF, 2020